so hallo ihr goldbegeisterter menschen da draußen willkommen zu diesem neuen vlog gold waschen wie ein profi ich gliedere diesen vlog in fünf teile sprich zum ersten mal wo findet man überhaupt das gold dann gibt es den zweiten teil goldprospektieren draußen am bach es wird praktisch ein teil sein dann werde ich euch etwas zur materialausrüstung erklären was er als starter braucht also dann in späteren schritten dazu kaufen könnt dann gibt es ein praktischen teil goldwaschern am bach wo ich euch vor ort zeige wie schaut es aus wo könnte man die schlöße setzen wie lange dauert was kriegt man raus dann gibt es den fünften teil und zwar werde ich dann euch erklären wie das clean out funktioniert wie man das konzentrat nach hause nimmt zu hause noch aus waschen kann in aller ruhe und dann noch allgemeine informationen dazu so ich wünsche euch viel spaß zur ersten situation wir sehen einen bach oder fluss laufen wir wissen aus unserer recherche dass sich in dem gewässer gold ablagerungen befinden nun müssen wir die gold linie erkennen diese ist hier jetzt dunkel rot gekennzeichnet diese linie ist wie eine straße auf der sich das gold bewegt denn gold ist 19 mal schwerer wie wasser das heißt das gold nimmt immer den direkten kürzesten weg in der innen kurve der bächer oder flüsse verlangsamt sich die strömung auf dem beispiel bild ist der bereich der innen kurve und der somit verlangsamt die strömung mit rot gekennzeichnet und genau das ist es was wir interessenssituation benötigen die ruhe zu unterströmung im verlauf des gewässers denn nicht nur schwer mineralien wie anglerblei schrottkugeln nägelschrauben schauen sich dort an sondern auch unser gesuchtes gold zweite situation in unserem beispiel gewässer befinden sich auch richtig große steine oder brückenpfeile solcher hindernisse sind für das gold wie natürliche fallen bei denen es ebenso zur verlangsamung der strömung und zur ansammlung von schweren mineralien kommt ich möchte anhand von großen steinen einmal in einer skizze zeigen diese sind grau eingezeichnet nicht nur hinter den steinen sondern davor oder darunter können sich die begehrten flitter verstecken somit lohnt es sich auch mal unter den stein zu graben oder ihn wenn möglich weg zu hebeln dritte situation nicht nur große steine verändern unser flussbett sondern auch kies und sandbänken wenn sich eine sandbank zum beispiel am ufer befindet trifft die gold linie auf die bank und das gold wandert quasi um diese herum bis sich das gold in der ruhezone der kiesbank niederlegt somit sammelt sich die schwer mineralien bevorzug dahinter aber auch davor kann man fündig werden ist die sandort kiesbank inmitten des fließenden gewässers verhält es sich wie bei den großen steinen in der zweiten situation vierte situation wir stellen uns vor dass unser virtueller bachlauf über einen kleinen wasserfall verfügt das wasseraus an dieser stelle circa 60 cm in die tiefe es bohrt sich unterhalb des wasserfall in einer vertiefung beziehungsweise ein loch gerade hier lohnt es sich ganz besonders zu schaufen dass sich in der vertiefung das goldhaltige material sammelt ein glory hole ein querschnitt unser wasserfall soll dies verdeutlichen eine sondesituation ergibt sich wenn das hochwasser viel material mit sich reißt dann wird sich die höfige stelle je nach wassermengen nach vorne verschieben wenn dann wieder der normale wasserpegel durch den bach fließt wird die hochwasservertiefung natürlich wieder zugeschüttet fünfte situation wo ich gerade beim hochwasser bin uns fällt bei genauen betrachten eine große steinfläche in ufer nähe auf in der sich ritzen spalten und löcher befinden es könnte sich um sogenannten bedrock grundgestein handeln wenn nun das hochwasser die gesteinsmassen über diese ritzen spalten und löcher spült besteht die möglichkeit dass sich unsere glitzer in diesen natürlichen fallen sammeln und darin liegen bleiben es lohnt sich immer solche fallen auszukratzen oder mit einer handpumpe auszusaugen nicht selten wird man dort fündig sechste situation wir bleiben noch mal beim thema hochwasser diesmal wird es etwas komplizierter der winter ist vorbei und die schnee schmelze in den bergen ist im vollen gange das bedeutet für den goldwäscher nicht dass es sich nicht lohnt doch mal an seinen fluss zu fahren denn in dieser situation führt unser fluss mehr wasser als sonst dies ist nicht nur heutzutage der fall sondern war auch schon vor 100 jahren so somit wird er regelmäßig breiter die strömung verändert sich kiesbänke wandern und auch unser gold fährt weiter auf der wasserstrasse abwärts durch die verbreiterung des flussbettes wird sich die goldlinie sprich der bereich der goldablagerung in den kurven weiter nach oben in richtung ufer oder sogar darüber verschieben in der aktuellen skizze sehen wir den verlauf unserer gewässer bei hochwasser der fluss ist über die ufer getreten und die gold linie hat sich verschoben die gold neue gold linie verläuft durch den fluss in der farbe schwarz eine situation oder alltags situation Wenn wir alle genannten Möglichkeiten und Varianten in unserem Beispiel Gewässer erkennen und kombinieren, können wir sehr gut sehen, wo sich die Goldkonzentration theoretisch sammeln. Dieser Vorgang nennt sich Prospektierend und ist einer der wichtigsten Vorgänge beim Goldwaschen. Denn ohne zu wissen, wo sich unsere geliebten Goldflitter befinden, kann man sie auch nicht finden. Und Goldbescher sagen auch, Gold ist da, wo man es findet. Trotz aller Regeln kann man es auch an anderen Orten finden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020